hallo und herzlich willkommen zurück zu terraria lang ist ja bisschen länger ich hoffe alle ein schönes weihnachtsfest und einen schönen rutsch ins neue jahr ich habe die zeit genutzt und ein bisschen gechillt was ich auch sonst eigentlich immer mache hier beim zocken aber ich habe halt nix hohe neues hochgeladen wie ihr vielleicht gemerkt habt was aber jetzt auch egal ist denn können ja jetzt immer noch weiter muss man hammer was war denn der plan also wir wollten hier auf jeden fall glaube ich der goldene hammer ist ja gut das hatte 55 prozent haben wir wollten nicht runterfallen dieses gebilde hier mal fertig bauen das weiß ich noch dann ich glaube wir könnten den dungeon weiter erforschen waren wir im dungeon aber der wir haben goldene schlüssel müssten dann schon gewesen sein oder wir könnten fliegende insel suchen oder den höllenfallstuhl weiterbauen ach so viele möglichkeiten es ist unglaublich aber was soll wir tun was soll wir tun also ich glaube ich brauche erstmal hier weiter ich muss mal gucken habe ich habe ich habe ich irgendwo korrekte sprengstoffe nein spikeball habe ich einen sprengstoff habe ich leider nicht damit kann ich nicht dienen du gehau ab aber 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 auch gut auch verdammt kommt schon Verdammt Ich krepier hier noch Ist doch egal hier Also ich wollte das Innen mit Glaswand ausstopfen, das weiß ich noch Aber irgendwas wollte ich da noch machen Grey Brick Sollte irgendwie noch anders aussehen Äh ne die Umrandung sollte ich irgendwie anders machen Ich weiß aber nicht mehr wie, verdammt Da ich Dödel jetzt längere Zeit nicht mehr gespielt habe, weiß ich das gar nicht mehr Da, wie wollte ich das machen Kein Dunst Das weiß ich nicht mehr Das ist aber doof jetzt Ah, diese Concentration immer beim Abbau, ne Dass man hier bloß nicht daneben haut Wobei das ja eigentlich egal ist Aber man muss ja auch ein bisschen zielen Sehr schlimm ist das, sag ich dir Sehr schlimm Aber wir haben ja gleich hier das Innere alles leer So Ach ja Ich wollte ja jetzt noch gucken Wie ich das mache Also ich brauche jetzt noch einige Ach verdammt Ich muss in den Dungeon Ich kann ja erst weitermachen Wenn ich diese Tusse habe Ah, ja, ja Gut Okay Ich habe es gerallt Dann gehen wir in den Ah, Moment Jo, wir gehen in den Dungeon Ich muss da nur halt hinrennen, ne Ah, ich habe hier die Hermes Boots Das ist ja schön Mit der Wand Gegen die Wand rennen Alles klar Ja, ja Flieg, Vogel, flieg um dein Leben Hm, ne, 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 ne Ich krieg dich Ich kriege dich, Vogel Komm her, ich krieg dich Ich mach dich tot Ich mach dir tot Oder auch nicht Ich fliege immer noch da Ich sehe ihn Ich sehe ihn Ich sehe ihn ganz genau Verdammt Ich will dich töten, du Vogel Komm her Verdammt Du willst es nicht anders Das sieht so aus Okay, hier hoch Wunder Hatsch Oh, das wäre jetzt aber schiefgegangen Scheiß Goldfisch, komm her Der war korrumpiert Ey, von dem kriegt man ein bisschen mehr Geld, glaube ich Als Von den anderen Ah, guck mal, hier ist Eisen Das nehmen wir doch mit Habe ich Erde dabei Ein bisschen Aua Green Present Oh Ja Das ist immer Vom 15. bis zum 31. Ah Da kriegt man Verdammt nochmal Geschenke von den Gegnern Und in den Geschenken ist Boom Candy Cane Yeah Zuckerstangen Ne Ich weiß gar nicht, wie man den abbaut Wahrscheinlich mit der normalen Spitzabellung Äh, wir werden jetzt wahrscheinlich noch sehr viele von den Geschenken kriegen Hehe Vielleicht bauen wir uns irgendwas Gutes Daraus Vielleicht auch nicht Man kann sich das Ui Oh, guck mal Kupfer Kupfer Oh, ich will kein Grad Kein Kupfer Will kein Kupfer Hä, da war doch eben eine Wüste Hä Wo war denn da Sand Das So Wüste ändert Ich weiß Gar nicht mehr War eigentlich der Dungeon rechts? Oder war der links? Ah Ich weiß es gar nicht mehr genau Ich hoffe mal, der ist rechts Auf der anderen Map, auf der ich letzte Zeit immer gespielt habe, da war der Dungeon immer rechts Deshalb weiß ich das jetzt gar nicht so genau Mein Inventar ist schon wieder so zugemüllt Noch bevor ich überhaupt am Dungeon ankomme Das ist zum Kotzen Komm schon Komm schon Jetzt spring da endlich hinten hin Oh, verdammt Okay Aha Hab ich eine große Welt gemacht? Jo, verdammt Nee Ich hab eine Mittelabberät gemacht eigentlich Soweit ich mich erinnere Hier sind auch ganz viele Töpfe Eigentlich brauche ich ein bisschen Ton, aber Egal Okay Ich sammle mal ein bisschen davon Das brauche ich gleich für die Töpfe Ich weiß ja nicht, wie viele ich da hinklatsche Aber es sollten schon ein bisschen mehr sein Toll, ich sehe wieder nichts, noch mehr Eisen Toll, ich sehe wieder nichts, ui, noch mehr Eisen Immer diese Eisenvorkommen an der Oberfläche, ey. Autsch. Wann war ich denn hier rechts überhaupt schon? Aha, fuck, ich bin wieder Corruption. Ich war auch ganz dringend irgendwie... Ach, nehmt mich. Hör! Ich hasse Corruption. Muss ich hier jetzt im Dunkeln unbedingt durchwandern? Tja, bevor ich da in den Dungeon ankomme, bin ich, glaube ich, tot. Verdammt. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass der hier rechts der Dungeon war. Warum das aber so weit sein muss, das weiß ich nicht. Wie brauch ich noch vielleicht?